Heute habe ich nur eine Aufgabe, diesen Baum umzupflanzen, weil der Topf kaputt gegangen ist. Aber irgendwie kann ich hier nicht rausziehen. Kleiner Funfact, ich habe eine Birkenallergie. Zweiter Versuch, ich versuche hier mit die Birke rauszukriegen. Okay, hat auch nicht funktioniert, jetzt kommen die harten Sachen. Schutz für die Augen. Okay, meine Lieben, jetzt sind wir im Game. Ich sehe hier einen Erfolg und das wird erstmal schön zerstört. Natürlich so, dass der Baum nicht kaputt geht, weil ich liebe Bäume. Ich hänge mich hier richtig rein, voller Körpereinsatz. Die Birke sieht vielleicht klein aus, aber die ist so schwer. Das runde nur noch ins Eckige. Die Lücken stopfen. Aufgabe erfüllt.